Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge zum Windows Explorer oder häufig sagt man auch File Explorer. Das ist jenes Programm, das beinahe alle Dateien zeigt auf ihrem PC. Mein Name ist Piermin Lenherr. Hier unten würde ich nun erwarten, dass das Programm erscheint. Leider ist es nicht hier. Dann gehen wir hier mal auf die Suche. Wo ist denn der Windows Explorer? Windows Zubehör? Irgendwo sollte der sein. Ich finde den nicht. Ich gehe mal auf die Suche hier bei der Lupe und tippe mal Explorer ein. Da haben wir den. Den möchte ich nicht jedes Mal suchen. Ich hätte den gerne unten bei der Taskleiste angeheftet. Also mache ich einen Rechtsklick an Taskleiste anheften. Hier ist er sofort erschienen. Ich hätte den gerne aber ganz vorne. Also trage ich ihn nach links etwa so und kann den nun starten. Ein kleiner Trick. Klicken Sie mal statt links mit der rechten Maustaste auf das Windows Symbol und Sie staunen, was sich da alles tummelt, was man sofort von hier aus starten kann. Also auch den Explorer, Task Manager, Systemsteuerung und so weiter. Aber wir haben ja jetzt diesen Burschen hier. Ich starte den hier und zeige ein paar Dinge. Zu Beginn bin ich jetzt gerade beim Schnellzugriff gelandet. All das hier, das steckt in Wirklichkeit auf diesem PC. Das heisst, diese Bilder hier sind diese Bilder da unten. Das ist dasselbe. Also wenn Sie hier drin ein Bild löschen, dann ist es wirklich weg und hier unten natürlich auch, denn das ist dasselbe. Den Schnellzugriff, den schliesse ich einmal. Also ich schaue mal auf diesem PC nach. Was ist hier drauf? Ich gehe zu Dokumente und habe hier eine Listenansicht. Die Listenansicht könnte man auch ändern hier unten zur Bilderansicht. Ich habe lieber die Listenansicht und noch schneller geht es, wenn Sie die Kontrolltaste drücken und am Mausrad drehen, dann können Sie durch sämtliche Ansichten durchscrollen. Ich mache das nun einmal und stoppen Sie dort, wo es Ihnen gefällt. Und wieder zurück und zur Listenansicht. Da bin ich wieder. Was ist dieser Schnellzugriff? Ich gehe da nochmal drauf, klicke hier vorne auf den Pfeil, dann klappt dieser Schnellzugriff auf. Hier drin sind wirklich ein paar Ordner, ganz prominent, aufgelistet, die man häufig braucht. Aber ich hätte nun zum Beispiel gerne diesen Camtasia-Ordner prominent hier links. Das geht schnell. Entweder hier auf Camtasia einen Rechtsklick und hier sagen, an Schnellzugriff anheften oder diesen Camtasia-Ordner markieren und hier oben an Schnellzugriff anheften. Und sofort ist der ab heute immer prominent zugriffsbereit und ich kann schneller diesen Ordner bedienen. Das Umgekehrte wäre folgendes. Ich mache hier im Schnellzugriff einen Rechtsklick und sage von Schnellzugriff lösen und dann ist dieser Ordner nicht gelöscht, aber nicht mehr im Schnellzugriff. Ich wechsle mal zu den Dokumenten. Hier habe ich einige Dokumente drin. Sobald ich ein Dokument anklicke, dann werden diese Werkzeuge hier oben farbig. Sie sehen, man kann hier ausschneiden, kopieren, löschen und so weiter. Und es geht hier noch weiter. Man könnte freigeben oder zippen. Zippen, das heisst, ich komprimiere zum Beispiel all diese Daten, die hier in Camtasia drin sind. Ich zeige, hier sind sehr viele Daten drin. Ich gehe da hier wieder zurück. Und einen Ordner kann man ja nicht mailen, aber wenn man einen Ordner mit sämtlichen Daten mailen will, dann kann man den zippen. Ich mache das nun einmal. Zipp. Und es dauert eine Weile, dann ist der ganze Ordner als Zipp-Ordner vorhanden und kann den mailen, wenn dann der Mail-Server diese riesige Datei noch durchlässt. Achtung, das Zippen, das kann doch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und jetzt habe ich diesen Ordner Camtasia auch als Zipp-Datei. Ich sehe das hier unten. Und ich sehe, da ist irgendein komisches Symbol drauf. Ich mache wieder wie vorhin, Ctrl-Mausrad drehen und sehe tatsächlich, da ist ein Reissverschluss dran. Das ist eben ein Zipp. Also ich habe hier der gezippte Ordner von Camtasia. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann sieht es so aus, als könnte ich mit all diesen Dateien ganz normal weiterarbeiten. Aber Achtung, das funktioniert nicht so sauber. Denn diese Dateien, die sind ja immer noch gezippt. Ich sehe, ich bin hier im Camtasia-Ordner und dieser steckt im Zipp-Ordner. Also das sind gezippte Dateien und da kann man nicht einfach so drauf loslegen. Passen Sie auf, wenn Sie vor allem eine Zipp-Datei erhalten per Mail, diese öffnen, bearbeiten und dann speichern wollen. Das geht nicht. Sie müssen diese Datei speichern unter. Ich habe hier eine Beispieldatei heruntergeladen. Die ist gezippt. Sie sehen hier Zipp. Seriendruck. Ich gehe mal da rein. Ich öffne diese Word-Datei. Das geht. Es heisst zwar hier oben noch, die Bearbeitung müsste man aktivieren. Ich aktiviere das. Ich mache mit Control und Mausrad die Ansicht ein bisschen grösser. Und ich ändere hier mal die Adresse. Das ist nämlich Bahnhofstrasse 15. Und wenn ich das nun speichern will, hier oben speichern, dann speichert Word diese Datei nicht gerade sofort in der vorhandenen Datei, sondern Sie sehen, dass hier oben es merkt, dass man das Speichern unter und irgendwo an einem anderen Ort speichern muss. Wenn Sie das mit Excel versuchen, dann kommt sogar eine Fehlermeldung. Das gehe nicht. Denn Sie können nicht eine Datei in einer Zipp-Datei öffnen und dort wieder speichern. Wenn Sie in eine Zipp-Datei klicken, ich gehe hier zur Sternwarte, mache einen Doppelklick, gehe da weiter rein und ich sehe, das wären lauter Bilder, aber ich sehe kein Bild. Warum? Es ist immer noch eine Zipp-Datei. Man sieht das hier oben. Das ist immer noch gezippt. Na, wie kann ich das denn jetzt endlich entzippen? Ich zeige, wie es geht. Gehen Sie da mit einem Doppelklick rein. Dann ist derselbe Ordner nochmals vorhanden. Ich kopiere den einfach aus diesem Zipp-Ordner raus. Rechtsklick, kopieren. Ich gehe zum Beispiel zu meinen Dokumenten, mache hier wieder einen Rechtsklick und füge das hier ein. Und jetzt dauert das eine kleine Weile. Und jetzt werden all diese Bilder entzippt. Hier ist dieser Ordner angelangt. Eine Kopie entzippt. Ich mache einen Doppelklick drauf und sehe jetzt endlich alle Bilder. Und jetzt funktioniert noch etwas. Denn wenn wir auf ein Bild klicken, haben wir hier rechts eine Vorschau und man spürt es nicht so genau, man kann hier so eine Trennwand packen und hat immer schnell eine Grossansicht dieser Bilder. Dasselbe ist bei Word-Dateien. Wenn ich hier in die Zipp-Datei gehe und beim Seriendruck auf diese Adressdatei klicke, dann habe ich keine Vorschau. Es ist ja immer noch gezippt. Sobald ich aber diese ganze Zipp-Datei rauskopiere, ich gehe da mal rein, diesen Ordner hier, rechtsklick, kopieren. Ich gehe da wieder raus. Ich gehe zu meinen Dokumenten, füge das hier mit einem Rechtsklick wieder ein. Da ist der Seriendruckordner. Doppelklick. Und wenn ich jetzt auf diese Word-Datei klicke, habe ich eine Vorschau. Ebenso beim Excel und bei anderen Office-Programmen. Was ist noch gut zu wissen? Ich bin hier zurück bei dieser PC und wechsle hier oben die Ansicht. Ich gehe hier zum Registeransicht. Vor allem hier hinten bei Optionen. Da lohnt es sich schnell einen Blick reinzuwerfen. Ordner und Suchoptionen ändern. Das kennen Sie. Das war früher an einem anderen Ort verpackt. Und hier drin können Sie grundsätzlich die Ansichten ändern oder zum Beispiel bestimmen, welche Dateien angezeigt werden sollen. Sollen Systemdateien angezeigt werden? Sollen Dateierweiterungen angezeigt werden? Wie soll gesucht werden? Also das können Sie hier grundsätzlich einstellen. Okay. Und dann gilt das für alle Ordner. Zum Schluss noch ein kleiner Trick. Manchmal hätte man gerne zwei Fenster, denn man möchte gerne zum Beispiel diese Dateien irgendwo hin kopieren. Zwei Fenster öffnen geht ganz schnell. Machen Sie Ctrl N wie neu. Und sofort erscheint hier ein zweites Fenster. Ich packe das eine Fenster, lege es hier rechts auf die Seite, klicke hier auf das andere Fenster und habe nun wie zwei Bildschirme. Und ich kann nun diese Einladung hier mit einem Rechtsklick kopieren und sage, ich hätte das gerne reinkopiert hier oder da. Oder ich kann es auch einfach packen von hier links nach hier rechts und kann so prima Dateien hin und her kopieren oder verschieben. Das war's.